Bei den Grünen geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Nachdem gestern die beiden Vorsitzenden und der gesamte Parteivorstand geschlossen ihren Rücktritt angekündigt haben, setzte die grüne Jugend noch einen drauf. Auch sie wirft hin. Außerdem will der komplette Vorstand geschlossen aus der Partei austreten und einen eigenen linken Jugendverband gründen. Auch die beiden Sprecher der grünen Jugend in Rheinland-Pfalz legen ihre Ämter nieder. Das hat unser landespolitischer Korrespondent Friedrich Merckx heute Vormittag exklusiv erfahren. Und jetzt ist er hier. Hallo, Frederik. Hallo. Frederik, greift die Krise der Bundesgrünen jetzt auf den Landesverband der rheinland-pfälzischen Grünen über? In Teilen ist das schon so, aber nicht in dieser Heftigkeit, wie es da im Bund passiert ist. Ja, also die beiden LandessprecherInnen in Rheinland-Pfalz, die werfen hin, aber nicht der komplette Vorstand. Also mindestens drei der acht Vorstandsmitglieder wollen nach meiner Information weitermachen. Das zeigt, glaube ich, schon auch, dass es da durchaus ein bisschen gekracht hat im Landesvorstand der grünen Jugend in Rheinland-Pfalz. Daran erkennt man auch, man wollte zum Beispiel nicht mit Klarnamen heute zitiert werden, sondern wollte da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und war ein bisschen zurückhaltend, was die Namensnennung betrifft. Nur um vielleicht nochmal so diesen gestrigen Abend bei der grünen Jugend nachzuzeichnen. Da war es wohl so, dass kurz nach 20 Uhr so eine Chatnachricht an alle Landesvorstände und auch eben vom Bundesvorstand kam. Und nur 20 Minuten später gab es dann eine Videokonferenz und da wurde man quasi vor vollendete Tatsachen gestellt, dass der Bundesvorstand der grünen Jugend eben komplett zurücktritt und eben die Partei auch verlassen wird. Manche konnten das offenbar auch in Rheinland-Pfalz teilen und nachvollziehen und sind jetzt den Schritt zumindest in Teilen auch mitgegangen. Aber andere haben gesagt, das war durchaus schlechter Stil. Die wollen zum Teil eben weitermachen und sich Ende Oktober bei der nächsten Mitgliederversammlung der grünen Jugend auch wieder in den Vorstand wählen lassen. Sie sagen, wir geben nicht auf, der Landesverband wird sich nicht auflösen. Soweit. Also die Gemütslage bei der Jugend. Schauen wir mal auf die Mutterpartei. Wie ist denn die Stimmung bei den Grünen in Rheinland-Pfalz? Da werden manche ganz schön nervös, obwohl wir gestern ja gehört haben, man versteht den Schritt von Omid Nouripour und Ricarda Lange, dem Bundesvorsitzenden der Partei. Das sei die Chance auf einen Neustart. Aber ehrlich gesagt, wenn die Mikrofone aus sind, dann merkt man schon, dass da manche nervös werden. Man guckt sich die Umfragewerte im Bund an und sieht, dass im Moment, Stand jetzt, wenn Bundestagswahl wäre, diese Ampelkoalition krachend abgewählt würde. Die Grünen sind in erster Linie wirklich der Sündenbock für vieles, was schiefläuft in der Bundesregierung. Das nimmt man zumindest auf grüner Seite so wahr. Und wenn man sich eben anguckt, die nächste Bundestagswahl ist in einem Jahr. Kurz danach, nur sechs Monate später, ist dann eben die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und da hat man, glaube ich, ziemlich Sorge in diesem Strudel eines Wahlkampfs auf Bundesebene, wo viel auf die Grünen geschimpft werden wird, wahrscheinlich rein zu geraten und dann entsprechend auch in Rheinland-Pfalz zu leiden. Man muss aber sagen, in unseren letzten Umfragen als SWR liegen die Grünen nach wie vor bei neun bis zehn Prozent. Noch und noch ist ein bisschen Zeit. Einschätzung von unserem landespolitischen Korrespondenten Friedrich Merx. Vielen Dank. Gerne.